Kapitel 4 Redaktionsschluss Als das Telefon in der Wohnung klingelte, die er für Kappmann IT-Sicherheit gemietet hatte, saß Robert Kapu gerade beim Frühstück. Schwarzer Kaffee, Haferflocken mit Chiasamen, etwas Kurkuma und einen halben Teelöffel Traubenzucker, dazu drei Spiegeleier. Er reagierte nicht sofort auf das Klingeln, das von einem Lautsprecher an der Wand hinter seinem Tempel verstärkt wurde. Seine Scheinfirma erforderte dann und wann ein wenig seiner Zeit. Er versuchte seinen Kundenkreis so gering wie möglich zu halten. Das schaffte er vor allem, weil er horrende Preise für seine Dienste verlangte, sodass im Grunde seine Scheinfirma alleine schon ausgereicht hätte, um seinen Lebensstandard zu finanzieren. Seine eigentliche Arbeit verrichtete er vor allem um des Nervenkitzels willen. Man hatte nur ein Leben, richtig? Davon abgesehen gab es noch ein paar andere Gründe, über die er allerdings nur sehr selten nachdachte. Erst nachdem er sein Frühstück beendet und das Geschirr in die Spülmaschine geräumt hatte, öffnete er den geheimen Durchgang zur Nachbarwohnung und betrat das Büro. Er nahm sich einen Notizzettel von dem Kästchen auf dem Schreibtisch und schrieb die Nummer ab, die auf dem Telefon angezeigt wurde. Keiner seiner Bestandskunden. Auf dem AB war allerdings keine Nachricht hinterlassen worden. Vielleicht hatte sich nur jemand verwählt. Robert Kapu schaute auf die Uhrzeitanzeige auf dem kleinen Telefondisplay. Es war noch recht früh am Tag. Ja, vielleicht hatte sich wirklich jemand verwählt. Oder derjenige hatte vor, es etwas später noch einmal zu probieren. Allerdings hatte er heute nichts weiter geplant. Da konnte er sich die Nummer genauso gut einmal genauer ansehen. Den Zettel in der Hand ging er durch die Schleuse zurück in sein eigentliches Domizil und trat vor seine Rechner. Die liefen bereits. Während er sich an die Online-Recherche machte, warf er einen Blick auf die Kurse der Kryptowährungen, in die er derzeit den Großteil seines Geldes investierte. Die üblichen Schwankungen, keine besonderen Vorkommnisse. Er begann mit seiner Recherche und kaum hatte er die Nummer in die Suchleiste eingegeben und Enter gedrückt, erwartete ihn auch schon eine kleine Überraschung. Die Nummer gehörte zur Redaktion der Nordgazette. Hatten die denn keine eigenen Leute für ihren IT-Kram? Davon abgesehen war die Nordgazette ein oder zwei Nummern zu klein für seinen Geschmack. Die würden sich seine Preise mit Sicherheit nicht leisten können. Andererseits, Kontakte waren immer gut. Unter Umständen waren sie sogar wertvoller als Geld. Außerdem hatte er die Zeitung abonniert. Er hatte beim Lesen ihrer Artikel meist das Gefühl gehabt, es mit halbwegs brauchbarem Journalismus zu tun zu haben. Kein Vergleich zu den meisten der Lobbyisten gesteuerten Schmierblätter, die den Löwenanteil des Marktes unter sich aufteilten. Mit unterdrückter und nur schwer ermittelbarer Nummer rief er zurück, als sich am anderen Ende eine recht dunkle Frauenstimme mit Sekretariat Fielsen Nordgazette meldete, sagte er, Kapmann IT Security, gerade eben hat mich jemand von dieser Nummer aus angerufen. Ich habe den Anruf leider nicht annehmen können. Mir kann ich helfen. Ach, das war sicher Herr Fielsen, mein Chef. Warten Sie, ich stelle Sie durch. Als Robert Kapu daraufhin die einfallslose Warteschleifenmusik vernahm, sank die Zeitung augenblicklich um mehrere Punkte in seiner Achtung. Das war ja widerlich, dieses kitschige Geklimper. Umso erfreulicher war es, dass er den belanglosen und süßlichen Klängen nicht allzu lange ausgesetzt blieb. Eine neue Stimme ertönte, diesmal die eines Mannes. Ja, Kapmann IT Security, Sie haben gerade versucht, mich zu erreichen. Stille am anderen Ende der Leitung. Hallo, sind Sie noch da? Erneut dauerte es eine ganze Weile, bis Kapus Gesprächspartner endlich etwas sagte. Ja, also ich, ich brauche Ihre... Peckwort. Kapu schaltete sofort, und er wusste nicht, ob er aufgrund dieser unerwarteten Wendung des Gespräches erfreut oder verärgert sein sollte. Er antwortete, verstehe. Die gute Nachricht ist, dass Sie an der richtigen Adresse sind. Die schlechte Nachricht ist, dass kaum jemand von Peckwort weiß, und ich... Vielleicht sagen Sie mir erst einmal, wer Sie an mich weiter verwiesen hat. Vorher brauchen wir gar nicht erst etwas zu besprechen. Verstehen Sie das? Eigentlich waren solche Anrufe seiner Vermittlerin Ivy vorbehalten. Ja, natürlich. Sie müssen vorsichtig sein, das verstehe ich. Der Kontakt kommt von Herrn Springli. Ich, äh, ich habe ihn beauftragt, nach einem meiner Reporter zu suchen. Ah, verstehe. Kapu kannte Springli. Naja, zumindest wusste er, wer der Mann war. Ein etwas behäbiger, aber doch recht fähiger Privatdetektiv. Offenbar war der mit seiner Aufgabe nicht weitergekommen und wollte den Fall an Kapu abgeben. Oder, dachte Kapu, diese Sache ist ihm zu heiß geworden. Springli war ein ziemlich bequemes Gewohnheitstier. Kapu hatte schon früher mit dem Mann zu tun gehabt und ihm, gelinde gesagt, den Arsch gerettet. Jetzt revanchierte er sich bei Kapu, oder es gab andere Gründe. Alles klar, Herr Fielsen, dann schießen Sie mal los. Wo drückt denn der Schuh? So einfach ist das? Herr Fielsen klang ehrlich überrascht. Ja, so einfach ist das, antwortete Kapu, obwohl es natürlich nicht so einfach war. Springli hatte Fielsen die Nummer von Kapus Firma gegeben. Natürlich, weil er keine andere hatte, das war Kapu klar. Aber andersherum wäre es besser gewesen, wenn Springli zuerst mit Kapu in Kontakt getreten wäre. Denn jetzt wusste ausgerechnet ein Journalist, dass diese Firma und er selbst miteinander verstrickt waren. Er würde abwägen müssen, ob er die Tarnfirma schließen und eine neue aufziehen sollte. Das würde ihn viel Zeit kosten, die er Springli im Fall der Fälle zu 200% in Rechnung stellen würde. Sicherheit ging immer vor. Trotzdem war das keine Entscheidung, die man übers Knie brechen sollte. Deshalb und weil es für diese Entscheidung wichtig sein mochte, wie sein Gesprächspartner so drauf war, sagte er, wie gesagt, so einfach kann es sein. Schießen Sie los, Sie reden, ich höre zu. Okay? Ja. Ja, okay, sagte die Stimme am anderen Ende der Leitung und dann war ein Reusband zu vernehmen. Kapu ließ Fielsen noch einen Moment, um sich zu sammeln, dann sagte er, inzwischen leicht verärgert, nun legen Sie schon los. Meine Zeit ist kostbar und Ihre sicher auch. Ja, ja, Entschuldigung. Ich habe nur überlegt, wie ich am besten anfange. Also, einer meiner Journalisten hat Material, das den Sohn eines mächtigen Mannes mit haarsträubenden Verbrechen in Verbindung bringt und schwer belastet. Das hat er mir zumindest am Telefon gesagt. Und ich habe keinen Grund, diese Aussage anzuzweifeln. Und jetzt ist mein Mitarbeiter von der Bildfläche verschwunden. Verschwunden? Ja, sieht ganz danach aus. Die Sache ist ziemlich brisant, deswegen habe ich Herrn Springli auch sehr früh hinzugezogen. Mein Mitarbeiter geht an kein Telefon, antwortet auf keine Nachricht und seine Wohnung ist auch leer. Und was ist Ihre Vermutung? Ich hoffe für ihn, dass er untergetaucht ist. Ich fürchte aber, man hat ihn vielleicht verschwinden lassen. Das klingt wirklich nach einer brisanten Geschichte. Halten Sie das denn für realistisch? Ja, in Anbetracht der Sachlage halte ich das sogar für wahrscheinlich. Und trotzdem rennen Sie nicht zur Polizei, sondern heuern zuerst einen Privatermittler an und nun jemanden wie mich. Ja, einen, jemanden wie Sie. Sehen Sie, es ist möglich, dass mein Mitarbeiter sich strafbar gemacht hat. Falls er nur untergetaucht ist, möchte ich keine schlafenden Hunde wecken. Verstehe. Und warum ist Springli nicht weitergekommen, sondern schickt sie stattdessen zu mir? Einschusslöcher. Die Sache ist ihm zu heiß geworden. Ah, verstehe. Das ist dann wirklich außerhalb von Springlis Kompetenzen. Allerdings könnten meine Dienste in einer solchen Angelegenheit außerhalb ihres Budgets liegen. Naja, Springli hat mich über ihren Tagessatz informiert. Tatsächlich zahle ich sie privat. Die Nordgazette darf mit der Angelegenheit keinesfalls in Verbindung gebracht werden. Zwei Tage, Herr Kappmann, oder wie auch immer ihr richtiger Name ist. Ich bitte Sie, sich der Sache zwei Tage lang anzunehmen. Mehr kann ich mir nicht leisten. Kapu nickte kurz und als er sich bewusst wurde, dass sein Gesprächspartner ihn nicht sehen konnte, sagte er. Klingt spannend genug. Ich brauche mehr Details. Tja, Details. Ich fürchte, so wirklich viel kann ich Ihnen gar nicht an die Hand geben. Bei dem Mitarbeiter, um den es geht, handelt es sich um Jan Oppermann. Und der nimmt es mit dem Schutz seiner Quellen sehr, sehr ernst. Ich bin auch nicht sicher, wie er genau in diese Geschichte hineingeraten ist. Er hat also nicht in Ihrem Auftrag gehandelt? Nein, hat er nicht. Wobei das gar nicht mal so unüblich ist. Unser normales Tagesgeschäft war ihm schon immer zu langweilig. Er war einer von diesen Idealisten, der den Journalismus noch ernst genommen hat, verstehen Sie? Zeigte gern Eigeninitiative. Verstehe. Allerdings ist mir auch aufgefallen, dass Sie in der Vergangenheitsform von ihm gesprochen haben. Sie sagten wahr. Mein Gott, es ist mir so rausgerutscht. Ich hoffe wirklich, dass ihm nichts passiert ist. Ich mache mir sehr große Sorgen um ihn. Hören Sie, es mag vielleicht etwas abstrus klingen, aber es geht bei der Sache um Piraten. Piraten? Fragte Kapu leicht amüsiert. Ja, um moderne Piraten. Somalis. Kapu erinnerte sich. Vor einem halben Jahr oder so hatte er eine Reportage über moderne Piraten gesehen. Damals kam sie ihm schrecklich dramatisiert vor. Aber offensichtlich wird doch etwas dran. Erzählen Sie mir mehr, forderte er Fielsen auf, der inzwischen wohl etwas Vertrauen gefasst hatte. Nun also, diese somalischen Piraten sind wohl in der Tat ein Problem für die Reedereien. Viele dieser Reedereien haben private Sicherheitsfirmen hinzugezogen, um ihre Frachter zu schützen. Das ist ja soweit auch alles nachvollziehbar. Nun ist es aber so, dass Jan Oppermann Bilder und Videos zugespielt wurden, die zeigen, wie Mitarbeiter dieser Firmen Erschießungen durchführen und Schlimmeres. Die Männer wurden von der Reederei Bläsberg angeworben. Da könnte man eigentlich annehmen, dass man im Management der Reederei von den Details der Vorgänger auf ihren Schiffen offiziell keine Kenntnis hat, dass es sich um einen Einzelfall handelt. Ja, ein Vorfall dieser Art alleine wäre wohl noch keine ausreichende Begründung, um jemanden verschwinden zu lassen. Hierbei geht es doch sicherlich um sehr, sehr viel Geld. So viel Geld vermutlich, dass Schadensersatzzahlungen, eine offizielle Entschuldigung und eine gute PR-Kampagne dabei kaum ins Gewicht fallen dürften. Sie hatten vorhin den Sohn eines mächtigen Mannes erwähnt oder so etwas, nicht wahr? Darum geht es im Kern, richtig? Sie haben es erfasst. Der Sohn des alten Bläsberg wird durch das Bildmaterial schwer belastet. Das zumindest hat Oppermann mir am Telefon gesagt. Robert Kapu überlegte einen Moment, dann sagte er, Herr Fielsen, bevor wir weiterreden, muss ich wissen, wo Ihre Prioritäten liegen. Soll ich vorrangig das Material beschaffen oder soll ich für die Sicherheit von Jan Oppermann sorgen? Nein, nein, nein. An dem Material selbst habe ich kein Interesse. Diese Leute könnten meine kleine Zeitung dem Erdboden gleich machen, wenn sie es wollten. Und das ganz legal. Ich habe nicht vor, einen solchen Artikel zu veröffentlichen. Wenn Sie das Material finden, bevor Sie Jan finden, dann veröffentlichen Sie es sofort. Geben Sie es frei. Ich meine, frei für alle. Schicken Sie es an jede Polizeidienststelle und jede Nachrichtenredaktion, die Ihnen in den Sinn kommt. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich fürchte, Jan hat den Fehler gemacht, zu versuchen, den alten Bläsberg zu erpressen. Zu erpressen? Sagten Sie nicht, Jan Oppermann wäre Idealist? Na ja, sicher. Er hatte bestimmt kein Geld im Sinn. Er wollte, dass der alte Bläsberg die Sache dort unten gerade rückt und seinen Sohn zurückpfeift. Okay. Für ein paar Sekunden schwiegen beide Männer, dann fuhr Kapu fort. Ich finde Ihren Reporter und das Material. Schicken Sie mir alle Eckdaten, die Sie von Jan Oppermann haben. Telefonnummern, E-Mail-Adressen, seine Wohnadresse, die Links zu seinen Social-Media-Profilen und all das. Herr Springli soll mir ebenfalls sämtliche Unterlagen schicken, die er zusammengetragen hat. Er gibt Ihnen auch die Mailadresse. Wenn ich das alles habe, mache ich mich an die Arbeit. Und Ihre Bezahlung, Herr Koppmann? Ich setze mich deswegen nochmal mit Ihnen in Verbindung, Herr Fielsen. Jetzt sollten wir erstmal zusehen, dass wir in die Gänge kommen. Kapu legte auf. Herr Fielsen würde sicherlich eine ganze Weile brauchen, um alles Nötige zusammenzutragen und ihm per Mail zu schicken. Piraten nennt mich Ismael. Beides nautisch. Witzig, auch wenn Moby Dick und die Peckwood nun wirklich gar nichts mit der Sache zu tun hatten. Kapu ging duschen und putzte seine Zähne, in deren Zwischenräumen sich noch überraschend viele der kleinen Chiasamen von seinem Frühstück niedergelassen hatten. Als er sich fertig angezogen hatte und den Posteingang eines ganz bestimmten seiner sicheren E-Mail-Accounts überprüfte, waren die E-Mails bereits da. Robert Kapu machte sich an die Arbeit.